Kommt aber mal Leute, was glaube ich ins Keil oder Ackern? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem kleinen Informationsvideo. Freitag um 18 Uhr bis 19 Uhr bzw. 19.30 Uhr gibt es einen Livestream. Ich werde mir dort ein oder zwei Leute einladen und mit diesen über ein Delektiv-Koinen-Thema diskutieren, reden. Ganz interessant eigentlich, bei diesen normalen Gesprächen kommen eigentlich die besten Schlüsse raus. Aber natürlich könnt ihr auch in den Chat ganz nochmal weiter reinschreiben und wir werden alle Fragen beantworten. Des Weiteren haben wir damals ein Format eingeführt, das wurde kurzzeitlich ja stillgelegt, dann ging es wieder, dann wieder nicht. Auf jeden Fall geht es um Wunschtheorie. Das heißt, ihr könnt jetzt wieder in die Kommentare reinschreiben, welche Wunschtheorie ihr gerne hättet. Sollte eure schon vorhanden sein, bitte nicht doppelt posten, einmal abvoten reicht. Am Samstag wird diese Wunschtheorie mit den meisten Likes, also was das Volk demokratisch abgestimmt hat, mäßig in einem Video oder einem Podcast umgesetzt. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn da ein paar kreative Vorschläge kommen würden. Von daher bis morgen, beziehungsweise hören wir uns allerspätestens Freitag um 18 Uhr beim Livestream. Bis zum nächsten Mal, euer Kerouake. Bis zum nächsten Mal, euer Kerouake.